ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Moinsaam! Jetzt kommt eine neue Folge von Wooden City... ARD Text im Auftrag von Funk Und ich versuche jetzt in Nader zu gehen und die... ...schiesbehinderten Mongos... Ich weiss nicht ob die Aggros sind... Sind die immer noch Aggro wenn sie neu spawnen? ARD Text im Auftrag von Funk Kann ich mir jemand helfen? Kann ich mir jemand helfen? Kann ich mir jemand helfen bitte? Was? Ich habe zwei grosse Dinge vor meiner Haut Ähm... Löcher Von Creeper Also ähm... Er ist sozial bereit und kann mir helfen Ähm... Ich will dann nicht den Quarz holen Ich auch Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ah ich komme wieder Ey Leute Jolo ich komme wieder Ähm... Ich brauche denn meine Hilfe überhaupt? Ja und bei mir ist alles friedlich momentan Ich gehe ein wenig weiter hinten dort wo ich gestorben bin Jetzt sind es agro Fabio, Fabio, Fabio... Fabio ähm ich komme mit dir Mhm Ähm... Ich bin hinter dir Ich bin tot Die Ghast! Brenn kommt Ja Du hast aber keine Rüstung Nein eben Wo hat die Ghast hier hingeschisst? Dann zeigst du mir es? Jetzt geht die Legs Jo Waxen, Waxen, Waxen Ich mache mich nicht... Ah nein ich habe den Ding Ähm ich habe den Waxen aufs Minimap nicht AHHHHH Fabio, hilf mir! Fabio, 3, 3, 3, 3! Ich kann nichts machen, Brandon Ah, da ist der Fabio gestorben Jo, die slaymen mich schon wieder, was... Soll ich das Zeug sich da faulen? Jo, gerne Nein, nein, hol es nicht Es ist mein Stuff, hol es nichts Ich komm wieder Nein, ich bin auch gestorben, Andi ich bin mit Ah, sie kommen helfen Leute, Andi, Andi, nimm den Stuff nicht, wo ich... Nein, mein Superschwert Mein Superschwert Leute, Andi, nimm den Stuff nicht, wo... 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 Vor dem Portal ist, bitte Jo, ich habe da eine relativ sichere Base Hol den Stuff nicht... Wo... Wo... Mann, ich hol den Stuff nicht... Scheisse Pikmin! Niiiiiiiii... Neiii... Alter, der steht wieder... AHHHHH AHH, Zombie Normaler Zombie Jo, vergiss sie Leute, hol den Stuff nicht... Die Stuff kriegen wir nicht mehr, dann kannst du vergessen Man, ich spaaam Ich weiss auch nicht sehen. Mein schöner Schwert. Alter, ohne Scheiss, ich hole mir den Schissdreck jetzt. Das hast du vergessen. Ich hole mir den Schissdreck auch. Ähm, ähm, den Schissdreck, der... ALTER! Ich hole ihn jetzt, ich mache das tausendmal ohne Scheiss, bis ich sterbe. Hättest du ihn noch im Keller? Ja, das gehört mir. Nein, ich meinte... Und... Schon tot, Alter. Und ja, und ich dachte, bevor... Im Portal liegt, das gehört mir, und das holt keiner. Und Andi, du hast mir Milonegemut, ganz viel sogar. Ich weiss das, ich habe die Hälfte. Ich darf ein wenig essen, das ist mein Recht. Jetzt, Andi, du schlau! Ich bin nicht da. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ich hole gerade noch Goldschirr. Ich bring's auch nicht, aber scheiss egal. Wieso?! Ich muss jetzt mal, du bist vor mir! Denn wir sollten nicht gleich sein, dass das Portal gestürzt werden. Nein! Das kannst du vergessen. Nein, wir machen das nicht so. Jetzt haben wir vor dem Portal schon einen Aggro-Typ. Nein, da hat er zwei Aboliten. Nein, im Haus. Im Haus? Jo. Ich mach mal den Rund in Steinschwert. Achtung, er kommt hoch! Das ist eine Tragödie, Mann. Der Scheissneter regt mich hoch. An den Eis und Steinschwert. Wow. Nein, nein. Also, ich stand im Portal. Oh, das sind zwei. Wir müssen das Portal, wenn sie nicht mehr aggro sind, in Cobblestone einpacken. Okay, ich muss es auch sagen. Ähm, ich kaufe... Leute, ich kaufe mir jetzt noch mal Eiserrüstung. Eiserrüstung und Eisenschwert. Und dann mache ich mir einen OP-Apfel und gehe rein. Du Eisenschwert. Und keiner... Der Bissett... Der Bissett... Der Bissett... Der Bissett... Ich mach nochmal Yolo. Du kannst genauso... Keiner der Bissett, deswegen mache ich jetzt die Aktion. Ja, was ist ein OP-Apfel? Ein Goldblöck ist abgelehnt. Mit Baren nicht. Ah, sie sind immer noch aggro. Ähm, hat aber... 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 Ähm, ähm... Ähm, hat aber... Ähm, ähm, ähm... Ja, stimmt. Wir machen einfach in der nächsten... Machen einfach in der nächsten Folge, wo wir immer sollten. Vielleicht sind sie denn im Ager. Die Folge ist vorbei. Okay, also... Ich höre immer noch auf den Zerfauchen von denen. Ähm, ich mach mir noch geschwind, dass es nicht scheissschwere... Oder nein, das war noch der Timer von Brandon gewesen. Der hat ja vorzeitig abgebrochen. Ich hab gerade gesehen, dass er vor... Jo, was jetzt? Wenn ich fertig... Nein, der Timer ist noch nicht fertig. Der Stiefel von Brandon gewesen. Weil der Vorzeitig abgebrochen hat. Ich bin nicht mini fertig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hey... Alter, aber der Öppel. Der ganze... Der ganze Staffel. Der bleibt ja. Wenn wir jetzt nur mehr in den Ager gehen. Jo, nein, aber ich kann jetzt nicht... Ich kann jetzt einfach nicht bauen, weil der ganze Staffel nicht mehr haben. Nein, ich kann kein Öppel. Nein, ich kann kein Öppel. Lass das mit dem OP-Öppel-Aktion C. Vielleicht den nächsten folgenden Agro. Äh... 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 Du noch mal ein bisschen... Äh... Krösschen zu... Äh... Äh... Machst du dich die Gold-Blöcke oder was? Nein! Äh... Äh... Irgendwo muss ein Baby-Zombies sein. Ja? Ja? Ich kann ja auch vielleicht... Jo, ist doch egal. Ja... 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 Was ist der Baby-Zombie? Hat jemand einen Hau... Ja... Oh, wir sollten... Wir sollten mal einen Hau in die Küste rein legen. Auf dem Dach ist ein Skelett... Alarm, Alarm! Ist vielleicht der Baby-Zombie auch da oben? Nein! Hast du einen Bogen? Äh... Ich habe gar nichts mehr. Bogen Power 2! Dann renne ich mal ab und hole Papier. Ein Äpfel! Yes! Äh... Vergiss die D.O.P-Äpfel-Aktion! Und geh nicht mehr in die Nähe, sonst ist dein Bogen wirklich knapp. Ja, ich geh nicht in die Nähe, Leute! Nein, Bren... Wenn mein Schwer... Ich bin mein Bogen... Nein, ich bin mein Bogen! Das ist dein Bogen nicht, wenn du in die Nähe gehst! Und du sollten das wiederholen... Wenn sie nicht mehr Agro sind... Wenn sie nicht mehr Agro sind... Ich bin nicht mehr Agro... Nein, Mann! Doch! Wenn du jetzt in die Nähe gehst und dein Zeug holst, ist mein Schwer weg. Bist du dumm? Ja. Ja, ich weiss, das sieht man. Du vor allem. Aber äh... Ich weiss, welcher Idiot hat das ganze Essen gemuckt! Was? Niemand? In der Kiste... Die Kiste ist mega... Erfolge sie mir dazu! D.O.P-Äpfel-Aktion! Du helft mir in die Nähe. Ich kann mir das Skeletor aufpassen. Der Baby zog mir in die Nähe. Nix! Ähm, Leute! Aber wenn der Jungle entgeladen ist, wie... Wollen sie sich dann abregen? Es gibt eine gewisse Zeit, wenn man online ist, dass sie sich abregen. Wenn der Junk nicht geladen ist. Nein, das ist nicht mit dem Junk. Ich glaube, das hängt nicht mehr zusammen. Nur wegen dem Dauftischboden. Holden! 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 Nein, ähm, die sind nicht mehr angekommen. Die sind nicht mehr angekommen. Ja, sicher. Ganz sicher. Kannst ja probieren. Ähm, von mir ist gerade neben... Wo ist der Babyzone? Ja, neben ein... Ich gehe schon rein, ich habe eh nichts. Ich gehe einfach rein. Aber du bist nicht schlug, falls ich aggro wäre. Sie sind immer noch aggro. Ich gehe jetzt noch einmal dort züchten und dann fertig. So, ich habe eine OP. Also nein, ich gehe nicht. Nein, gehe nicht. Ähm, wie bist du schon rein gegangen? Ich kenne mich schnell und dann gehe ich. Oh Mann! Wieso kann man immer im Ranking die Rösschen raus? Mhm, weil ich einfach Dominating habe. Und auch meine Rösschen mal. Ja, mache ich dann. Also, ich beende jetzt die Folge, dass ich es sehe, wie der Matrische ist. Wie die letzte. So. 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 So.